Der Siemens Campus Erlangen ist der größte Bürostandort von Siemens weltweit. In der Metropolregion Nürnberg-Erlangen ist Siemens, Erlangen und Erlangen ist Siemens. In der Zukunft werden wir hier alle Büroaktivitäten bündeln an dem Standort und haben eine sehr, sehr starke Kooperation mit der Stadt Erlangen. In puncto Nachhaltigkeit wird der Siemens Campus in Erlangen auch Vorreiter sein. Er wird CO2-neutral. Im Model 2 setzen wir auf die Holz-Hybrid-Bauweise, die sehr stark CO2-reduziert ist durch den Einsatz des Baumaterials, Holz, das auch spürbar wird im Raum, wird das sehr attraktiv auf der einen Seite, sehr wohnlich. Die modernen Arbeitswelten sind in beiden Modulen eigentlich die gleichen. Das heißt, wir richten uns auf non-territoriales Arbeiten ein, flexible Arbeitszonen mit Hot-Desking und Thinktanks in der Mitte. Es wird ein sehr, sehr lebendiges Arbeitsumfeld, was auch von der Mobility, die gerade eingezogen ist, schon sehr geschätzt wird.